hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist freundliche der riesig dass sie heute eingeschaltet habt und ihr heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns alles rund um polka dort an denn dort startete die erste parachain außerdem gucken wir uns an warum die börsenrücklagen vom bitcoin und eth weiter weg bröckeln und zu guter letzt gucken wir uns hier noch einige aussagen von dem top analysten plan b an der von einem weiteren bullischen und größeren sprung spricht bevor wir mit den themen anfangen würde ich mich riesig darüber freuen wenn die 68 prozent von euch die aktuell noch keine abonnenten sind dies nun ändern warum ich versuche täglich neue videos zum thema bitcoin und kryptowährungen herum warum ich versuche täglich neue videos zum thema bitcoin und kryptowährungen hochzuladen und dadurch würden wir eine wunderbare win-win situation hinbekommen gucken wir uns das allererste thema und hierbei geht es wie gesagt um polkadot die nun die erste parachain gestartet haben und in dem atemzug ist der kurs auch auf über 14 dollar angestiegen neben eos cardano polkadot und ist hier und vielen weiteren wie monero that cash und so weiter gibt es halt eben auch polkadot die nun eben zu den mit interessantesten projekten überhaupt gehören das interessante ist natürlich vor allem dass wir hier nach alternativen suchen gerade wenn wir natürlich richtung eth gucken und ist hier im block chain sehen wir relativ schnell die schwächen gerade das thema skalierung ist eben das größte problem denn in dem moment wo es unglaublich viele personen gibt die eben eine transaktion durchführen möchten steigen die transaktionsgebühren massiv an und es lohnt sich in der regel nicht mehr kleinere beträge von a nach b zu verschicken und viele otto normalverbraucher in anführungsstrichen suchen also nach alternativen und natürlich auch nach attraktiven projekten und in dem fall ist polkadot eben eine davon wir sehen eben auch einen wunderbaren anstieg in den letzten sieben tagen konnte polkadot oder dort in dem fall um über 46 prozent ansteigen und es sieht so aus als könnte das in der nächsten zeit noch weitergehen denn tatsächlich hat das open source projekt nun angekündigt die erste parat chain hier zu veröffentlichen und in dem fall können über die parat chains transaktionen über mehrere notes verteilt werden dadurch ist es möglich das block chain netzwerk zu skalieren was natürlich viele vorteile mit sich bringt auf der anderen seite gibt es aber auch das problem dass die plätze für solche parat chains extrem begrenzt sind in dem fall werden wohl in den nächsten jahren nur etwa 100 parat chains hier bereit stehen für teams und entwickler und das wird natürlich ein großes problem bedeuten aber trotzdem scheint es so als würde die nachfrage immer weiter nach oben gehen und in dem fall hat zum beispiel das plasm network hier die bereits seit august 2020 mit polkadot zusammenarbeiten nun die erste parat chain von polkadot etabliert das ganze funktioniert also sehr sehr gut scheinbar und man versucht hier fuß zu fassen das projekt ist nämlich ein so genanntes leer zwei tag thema das über die polkadot oder beziehungsweise über polkadot eben läuft und palsen network unterstützt auch smart contracts und kann dadurch natürlich auch gravierende probleme der skalierbarkeit für die apps entwickler lösen man versucht hier also synergien zu schaffen deswegen haben sie sich eben auch mit akala network zusammengetan einem cross chain defi projekt um das ganze eben auch noch nach vorne zu bringen und den ersten stable coin des polkadot ökosystems zu erarbeiten es scheint so als würde man hier richtige entscheidungen treffen und deswegen ist polkadot in dem fall definitiv eine der kryptowährungen die wir im jahr 2021 im auge behalten sollten und die sicherlich in der zukunft noch ordentlich potenzial haben kann was denkt ihr zu dort schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das zweite thema an und hierbei geht es vor allem um die börsen rücklagen vom bitcoin und eth denn diese bröckeln immer weiter wir haben es mitbekommen der bitcoin der ist etwas aus der puste ist heute wieder ein wenig gefallen unter 36.000 us dollar das kann sich natürlich auch in den nächsten stunden noch mal verändern auf jeden fall sieht man dass der bitcoin eben nicht mehr den starken drall hat wie es eben vor einigen tagen noch der fall war wo wir wieder richtung 40.000 us dollar unterwegs waren es gab ja also eine ablehnung des widerstandes wobei dadurch natürlich noch nicht automatisch der bull run beendet ist auch bei ethereum sah es erst sehr sehr gut aus aber auch heute ist ja noch mal um knapp zwei prozent gefallen und hier ist natürlich immer noch der kampf offen mit dem all time high aus dem jahr 2018 das eth in dem fall noch nicht überwinden konnte dort lag das all time high bei 1450 us dollar das spannende daran ist nun aber dass die börsenreserven immer weiter abnehmen diesen trend haben wir bereits im letzten jahr mitverfolgen dürfen und auch in diesem jahr geht es immer noch weiter damit das bedeutet also dass alleine in den letzten 48 stunden die eth bestände auf verschiedenen plattformen von 10,9 auf 8 millionen eta geschrumpft sind also knapp 25 prozent und das kann natürlich in zukunft schon dazu führen dass wir eine weiter steigende nachfrage haben aber das angebot weiter sinkt was natürlich automatisch sich auf den preis auswirken könnte also bin ich sehr gespannt wie es hier weitergeht dadurch kann natürlich in gewisser weise auch der andauernde bullenzyklus weiter aufrechterhalten werden und es sieht so aus als könnte eth hier in der kommenden zeit das all time high aus dem jahr 2018 noch mal angreifen aber auch bei dem bitcoin sieht es nicht anders aus dann auch hier sind die bestände weiter geschrumpft denn wir haben nun mitbekommen dass nun mal weitere 21 prozent allein in den letzten zehn monaten abgezogen worden sind man sieht also ganz klar dass der bitcoin immer mehr richtung wallets eben transferiert wird dass eben persönlichkeiten und personen investoren wie auch immer am ende dann lieber eine position länger halten und diese eben nicht mehr auf verschiedenen börsen eingezahlt lassen sondern lieber dann kurz dort dafür nutzen um am ende eben die eigenen coins hier ordentlich verwahren zu können das sieht man relativ stark dass hier also ein wirklich starker negativ trend quasi aufrechterhalten wird die zahlen die schwinden immer weiter und es gibt immer mehr personen die eben hier in dem fall weiter halten man sieht auch relativ schön dass auf der anderen seite umso mehr bestände hier abgezogen werden eben auch der preis weiter nach oben geht das scheint alles hand in hand zu gehen entsprechende korrelationen zeigen ebenfalls dass es hier hand in hand geht und ich bin sehr gespannt wie es hier weiter geht denn scheinbar haben wir hier mit auf jeden fall etwas geschaffen das heißt der bitcoin hat es geschaffen das in zukunft dazu führen kann dass natürlich der bitcoin preis noch mal weiter nach oben geht das ist ja die hoffnung der meisten investoren die grundidee dahinter ist natürlich eine andere unabhängig davon scheint ja eben auch eines der kommenden havings noch mal dazu zu führen dass eben die bestände noch deutlich seltener werden und vor allem eben auch deutlich teurer weil wir natürlich bei dem having beim kommenden dann noch mal die blog rewards natürlich halbiert bekommen und das würde natürlich auch bedeuten dass wir am tag weniger bitcoin bestände zur verfügung haben die also gekauft werden können oder könnten wenn eben die miner sich dazu entscheiden diese eben zu verkaufen und hier bin ich umso gespannter wie es in zukunft dann weitergeht denn in dem moment wo eben meiner ihre bestände weiter zurückhalten und eben auch weitere persönlichkeiten ihre bestände zurückhalten sie von börsen abziehen und so weiter kann es eben ordentlich zu einer angebotskrise führen die eben dann automatisch sich auf den preis wieder auswirken sollte sofern eben die nachfrage immer noch hoch genug ist was denkt ihr von dem ganzen thema schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das letzte thema und hierbei geht es vor allem um die aussagen von dem bitcoin analysten plan b der bereits in der vergangenheit für aufsehen gesorgt hat der bitcoin ist in diesem jahr sehr sehr gut unterwegs und natürlich haben viele die preisziele hier thematisiert einige gehen von 50 einige gehen von 100 und einige gehen auch von einer millionen us dollar aus es gibt viele verschiedene analysten die verschiedene prognosen aufstellen die meisten sind sehr sehr bullisch und die meisten gehen eben auch davon aus dass wir im jahr 2021 hier richtig hohe zahlen sehen könnten einer der renommiertesten crypto analysten ist definitiv plan b er und sein stock to flow modell haben bereits in der vergangenheit bewiesen dass sie eben zutreffen und dass sie recht haben und und deswegen spricht plan b davon dass es einen weiteren parabolischen bitcoin anstieg geben wird er spricht also davon dass weitere 600 bis 800 prozent absolut möglich sein das würde also bedeuten dass der bitcoin preis noch mal auf knapp 350.000 us dollar ansteigen sollte und ich bin sehr gespannt ob er recht behalten wird aktuell stimmt das stock to flow modell und das scheint so als würde es sich bewahrheiten doch jetzt sind wir richtung 40.000 us dollar unterwegs gewesen und der sprung richtung 100.000 us dollar ist natürlich noch mal deutlich höher aber es scheint auf jeden fall möglich dass der bitcoin in der zukunft diese werte noch überschreitet es sieht natürlich auch wenn man sich vor allem die fundamental daten anguckt immer mehr danach aus als könnte der bitcoin immer mehr die position von zum beispiel gold einnehmen und als wertaufbewahrungsmittel wunderbar fungieren und funktionieren und ich sehe hier einige möglichkeiten dass der bitcoin tatsächlich in zukunft noch mal deutlich relevanter für die normalen menschen in anführungsstrichen wird um zum beispiel ihr kapital vor einer anstehenden und drohenden inflation zu schützen es wird auf jeden fall extrem spannend und ich glaube 2021 wird wegweisend für die weitere entwicklung sein was glaubt ihr wird plan b hier recht haben mit seinem stock to flow modell schreibt es gerne mal unten in die kommentare ansonsten hoffe ich natürlich dass dir dieses kurze und informative video gefallen hat falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn du weitere videos zu dem oder anderen themen sehen möchtest dann solltest du auf jeden fall direkt erstmal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder ciao ciao